Hallo, ich bin der Lars. Ich studiere im vierten Semester an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Hallo, ich bin die Claudia und ich studiere im vierten Semester an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. In der Studiengangsvertiefung geht es darum, wodurch Materialien ihre Eigenschaften herkommen und wie man gezielt durch Verarbeitungsparameter diese Eigenschaften beeinflussen und erzielen kann. Konkret geht es dabei zum Beispiel um die thermische Behandlung von Stahl. Das heißt, eine bestimmte Stahllegierung thermisch so zu behandeln, dass sie bestimmte Eigenschaften wie Härte oder Festigkeit erzielen. In der Vorlesung Metallische Werkstoffe geht es zum Beispiel darum, wodurch Metalle ihre Festigkeit erreichen und wie man zum Beispiel durch thermische oder chemische Behandlung diese Festigkeit oder weitere Eigenschaften beeinflussen kann. Grundlagenfächer von uns sind zum Beispiel Chemie, Mathematik und technische Mechanik. Und in den höheren Semestern gibt es dann noch spezifischere Themengebiete wie zum Beispiel Keramik oder eine Vorlesung über Faserverbundwerkstoffe. An meinem Studium gefällt mir besonders gut die enge Zusammenarbeit mit Professoren und technischen Mitarbeitern der Hochschule. Für mich ist auch ein großer Pluspunkt das starke studentische Leben außerhalb der Hochschule. Das ist zum einen durch die Studenteninitiative Albstadt gefördert, die zum einen die Studentenkneipe Plan B betreiben, allerdings durch ihren Verein auch außerhalb privat sehr viele Veranstaltungen organisieren. Wir sind hier an der Hochschule alle sehr intensiv und individuell betreut. Das Praktikum erfolgt in sehr kleinen Gruppen und wir haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, unsere Fragen zu stellen. Der Praxisbezug im Studium ist sehr hoch. Es gibt schon ab dem ersten Semester bis zum vierten Semester regelmäßige Praktika, in denen man das gelernte theoretische Wissen auch anwenden muss, wodurch man eben nicht nur einen rein theoretischen Wissensbezug hat, sondern auch tatsächlich sein Gelerntes anwenden kann. Meiner Meinung nach sollte man eine gewisse naturwissenschaftliche Grundkenntnisse mitbringen. Außerdem die wichtigste ist, dass man Interesse für Technik und neue Materialien haben soll. Die Probezüge